So, da bin ich wieder. Come on, boy. Ah, das hast du dir zu trinken gegönnt, Digga. Hörst schon wieder lecker. Na, jetzt ist da ja nur ein stilles Wasser. Ah, das war's komplett. Lol, Digga, was war das? Mann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lol, halt's Maul. Wieso hör ich ihn nicht, Digga? Ich kann's nicht verstehen. Wieso hör ich ihn nicht? Warte. Ich bin geküttelt. Digga, er steht da einfach so mit seiner AR. Er hatte Totenstille. Ich schwör, er hatte Totenstille. Okay, lass mal Retail steppen. Da hab ich Bock drauf. Let's go. Ich geh zur Hundelhützehaus hier. Okay. Da komm ich da mit. Das, was du markiert hast. Mir landet einer. Ich hab keine Waffe. Ich fass es nicht, Mann! Das ist der Glaube. Nee, das ist der. Bitte, Marcel. Geh in dieses Haus hier. Ich weiß nicht, ob du's markieren kannst. Ja, geh da rein und fick ihn, bitte. Ich schau gleich. Stell meine Ehre wieder her. Bitte. Okay, ich stell deine Ehre her. Ich schwör, ich stell sie her. Ich schreck mich mit Spitzhacke. Das Kiste. Ich mach sie auf und nimm die Waffe sogar schneller raus. Geh einfach jetzt. Geh ohne gar nichts. Okay, Bro. Geh wieder ganz oder gar nichts. Okay, Bro. Ich geh hin. Bitte, bitte, nimm ihn. Ich hör ihn. Er ist ein One-Shot. Bitte. War er alleine? Er war alleine. Bitte, fick ihn richtig. Ja. 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 Du elender. Jetzt mir alles egal, Mann. Richtig geil, Digga. Ne, genug tun gibt's gar nicht. In ganz Fortnite nicht. Elender Drecksglückspilz, Alter. Das wolltest du, glaub ich mal, oder? Ja, genau, nimm ihm die Ehre, genau. Nimm ihm allen die Ehre. Let's go. Die Letzten auch noch, Digga. Dann Bro zu Glory. Ah, das weiß er, das weiß er, Marcel. Digga, was? Ich hab mir so in die Vagina geschossen. Digga, er hat sogar gewartet auf dich. Was war das denn? Ja, der hat gewartet, aber hat trotzdem hart gejockt. Oh mein Gott, Digga. Der hat einfach so einen, den, so einen Schuss abgegeben, Digga, so. Ah. Oh, noch komplett daneben, so drei Meter daneben, glaub ich. Da hinten. Ein Abstauben, ein Abstauben. Na, die haben auf jeden Fall Angst. Ah, der andere, schade, Digga. Das ist noch passiert, Bruder. Ja, die waren zur zweiten Heldgesch, einen hab ich noch geholt und dann hat der andere mich gesniped. Der hat mich nie off-streamed. Haben wir jemals off-stream miteinander geredet? Ich verstehe, wir sind so richtige Business-Leute, so. Ja, Business-Leute, ja. Okay, off-stream, off-stream und dann so. Off-stream direkt, ja, okay, ich hab rein. Digga, was packst du mich jetzt ab, Alter? Ja, okay. Leid, wir haben das Dach erobert. Komm, 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 komm. Das, mein Lieber, ist die beste Falle, vertrau mir. In God's Main. Merkt ihr die? Erst oben. Oh, ich hab mir 100er Prezi gegeben, erst weak. One-Shot, one-Shot. Ja, one-Shot, ich hab ein Hit gegeben. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich ein Hurensohn. Oh mein God, das war echt knapp, Bruder. Easy, Bruder, easy, Bruder. Ach, das war mit einer. Ich hab nur mit einem Auge hingeguckt, im anderen hab ich Chat gelesen. What? One-Shot, ich geb ihm so genau eine Kugel, er lebt noch, Digga. Ja, Digga, aber das ist echt lächerlich, dass er noch gelebt hat. Ich mein's ernst, ich hab jetzt hier eine Nade runter, Digga. Zwei Stück hier unten. Warte. Ja, warte. Oh. Oh. One-Shot von jeder Waffe. One-Shot, rechts, rechts, er ist im Treppengebäude. Warte. Nein, 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 die eine Nade ist reflektiert. Das war's reflektiert. Ich hab ihn... Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich hab ihn rausgeloggt. Wo bist du? Hier, hier, hier. Tja, moin. Hier, hier, voll süß. Okay. One-Shot von jeder Waffe. Auf, Digga. Unten ist die offensichtlichste Fall, die ich jemals gesehen hab. Eingeschreibt One-Shot mit jeder Waffe, außer Pump und Tag. Ja, das war's komplett. Oh mein Gott. Ich war doch nicht One-Shot mit jeder Waffe. Komm, er pusht mich, ich hab ihn nicht finishen. Warte, wo bist du denn? Du bist schon wieder... Ja, das ist ein Tor. Ja, ja, das musste sein. Ah, Digga. Ich geh ohne Metz und ohne alles jetzt auf den Rachefeldzug. Ja, der ist weak von... Der ist auch One-Shot. Aber nicht mit jeder Waffe, Digga. Wie der Typ gesagt hat, nicht von der Tag. Hätte ich mal lieber mit der Pistole geschossen. Das könnte ein schmackhafter Top-Main-Winkel werden. Oh ja, also wenn da einer vor mir ist, Digga, dann bin ich kein wahrer Stormtrooper. Oh, Digga. Na, kommt jemand her? Ah, auf den Balkon, ja. Nein. Der ist da jetzt über mir? Nee, der ist doch bei dir unten. Hast du seine Ehre gegrabt? Ich weiß nicht, wie er so viel überleben konnte, aber... Jetzt hab ich ihn ein bisschen mehr durchgezogen, oder? Naja, ich hab einen bei Tacos umgebroxed. Wer liegt da jetzt auf dem Dach rum? Ah, die ist lecker. Ich nehm die jetzt immer mit, die so ganz fette Shotgun, so auf dem dritten Slot oder so. Einfach so, dass man damit im Übernahekampf einfach einen weghauen kann, Digga. Die ist so krank manchmal. Komm, lass mal reingehen. Komm, push mal mit mir. Einer liegt hier schon so ätzend rum. Oh, was er alles dabei hatte, der Ehrenmann. Na warte, du hast noch Action, ne? Wahrscheinlich bringt er das. Ja, ich hab noch zwei Gegner hier. Die sind so leckere Tränke und werden dir richtig gut schmecken, Bruder. Ach. Einer noch. One Shot, Digga. Von jeder... Ja, auf jeden Fall. Da unten liegt noch ein Big. Ich hab einen Slurper für dich. Hier. Nimm ihn mit den Bandos zusammen. Kennst du, du hast dir so diesen Loot schon vorgestellt, wie du ihn nimmst und dann kriegst du ihn ja nicht. Das ist so unbefriedigend. Nichts kann ich mehr davon abhalten. Nichts. Zwei Bigges sind hier noch. Das war's wieder komplett. Hör ne mit. Lecker. Einer ist hier auf der Street unterwegs. Ja, siehst du, er ist reingegangen. Er ist reingegangen. Nee, äh, Briggs. Ja. Ja, kein Aim. Die sind zu zweit, die sind zu zweit. Die sind echt bad. Die sind komplett lost, Digga. Echt? Komm, lass rein gehen. Oh, oh. Oh, los, den geht's, Digga. Nicht her. Oh. Ich bin gerade lost gewesen. Warte, der andere, wusst der? Sauber. Noch einer, über uns. Er kommt runter. Er kommt runter. 103er Headshot. Sauber. Muss noch irgendwo jemand da sein. Warum machst du sowas? Du nimmst komplett die Ehepfdach. Sei bei mir, Marcel. Ja, ich hab dir einfach alle meine Sniper-Harmonie gegeben, obwohl ich selber, äh, Sniper-Spiel fällt mir gerade auf. Das kann ich geben. Ja, warte, ich brauch eigentlich, ich will eigentlich gar keine Sniper. Ich guck mal, ob ich jetzt hier, ist eh ne RPG drin, deswegen passt. Ah, okay. Jug-Jug. Nehme ich den Jug-Jug noch mit. Scheiß drauf. Also lost bin ich eigentlich kaum noch in letzter Zeit. Da haben wir mal nen Un-Unlucky-Tot. Ich bin noch nicht so gut wie Reapers, aber man steigert sich. Wahnsinn. Let's go. Wenn die mal diesen Bug beheben wollen, dass beim Dance immer die Waffe da ein Crangle-Glitch ist, sieht es dimmelig aus. Aber ich finde, es sieht immer irgendwie geil aus, ich weiß nicht. Am Anfang fand ich es auch voll geil so. Es sah voll special aus, aber jetzt war der Scar, Digga. Ach, 40. Warum ist da ne Scar, einfach? Digga, es sieht irgendwie nicht koscher aus, Digga. Was für ne AR hast du? Green, green. Ich bin so geil, es würde dir einfach jetzt überlassen, Digga. Du kriegst sie jetzt einfach. Okay, Marcel, wir müssen jetzt nach vorne stepen. Und nicht viel reden. Dann müssen wir laufen, dann aufs Jump-Head in die Zone und reingehen. Dann explodiert da die RPG und machen wir den Loser-Dance. Ah, okay, okay. Den habe ich da ja nicht ausgewählt. Den müssen wir dann einfach mal quitten. Digga, du kannst alle angucken. Wenn du eher rein drückst, kannst du alle Emotes machen, ne? Echt jetzt? Ja, ja. Was ist das für ne komische Endzone, Digga? Na, halb im Wasser. So mag ich das am liebsten. Ins Leben dafür sind sogar noch relativ viele Leute, Digga. Boah, wie laut die Disco-Raum ist. Ich hasse diesen Disco-Raum so krass. BO3, please. Also die Chance, dass ich jetzt BO3 spiele, ist sehr, sehr gering, Digga. Hier sind zwei Lull-Drops. Sollen wir den unten pushen? Laser, laser, laser. Oh, schade. Habe ihn getroffen? Lass das machen, lass das machen. Mit dem, äh... Ja, ja, ja. Hast du ein Bounce-Pad? Ja, ja, komm. Auch Bounce-Pad, warte. Nein! Jetzt zerfällt's dir alles. Kommst du da hoch? Nee, ne? Doch, doch. Echt? Aber ich bin komplett lost. Ich muss oben und unten bauen, Leute. Nein, Digga. Was für LMG. Hinter mir ist der andere noch, Digga. Ja, ich bin... Hab ihn knocked. Knock, 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 der oben. Wo ist der andere? Der andere müsste hier sein, oder? Ah, nee, der ist nicht hier, Digga. Der ist hier bei mir. Hä? Irgendwo unten hier. Er ist hier. Siebener Hit, Digga. Das war's komplett. Ich trinke einen Chak-Chak, ja? Die hatten so die Power-Position, die so auseinandergenommen. Ah, zwei Gegner hier. Guck mal, Digga, die sind so maximal los, Bruder. Nee, doch nicht. Hat mir Spaß gemacht. Ein Hit. Boah, du pusht der direkt. Dangerous Lifestyle. Nein, 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 nein. Das war's wirklich, das war's komplett. Ja, Digga, mit dem Pech geht auch echt nicht. Alles klar, Digga, überlebt das. Okay, 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 alles klar. Okay, alles klar, Digga. Dann's gut zu wissen, gut zu wissen, Digga. Alles klar, Digga, lebst. Bau die Scheißwann. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Digga, ich hab die so abgelenkt. Mit meinem legendären Einsatz hier unten, Digga. Hier ist noch einer direkt vor uns auf SO. ich will es beginn nicht kriegen doch warte wo ist ja ich bin geworfen als kobe digga einfach pushen digga ich hab mich richtig so gut gefilmt bin ich im baum gelandet digga das war's komplett er ist so one shot aha digga ich habe aufgehört zu schießen er ist noch gestorben wenn du jetzt alle vier killst dann hast du auch zehn kills haben wir 20 kommen die challenge machen wir jetzt nur spektaten und du versuchst alle vier zu killen wo hat er geschossen auf dem baum fang erst an zu schießen wenn du tot bist komm komm sauber 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 jawohl er ist gefallen erst mal noch unten warte warte ja ich seh es warte ist hier unten drin ich kriege meine waffe ist leer warte warte ja ja mach mal alles gut digga wo hier die jägermann doch nicht doch nicht hier warte digga was ist denn das man ja jetzt 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 habe ich ihn hello wo ist er hin digga hier 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 bei mir wo sind die warte auch die sind hier die ganze zeit dahin geschossen digga leute könnte bezeugen muss los muss los muss los maximal er war maximal los digga maximal er war maximal los digga er war maximal los digga wo ist der letzte pro hier in dem busch vielleicht ist hier im busch der erste busch ja jawohl so geil wie ein busch saß digga ist